Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute gibt es eine Ami-Schlacht, und zwar die Flieger. Ähm, ja. Vom Rang 4,0 bis 5,0. Äh. Da will ich besonders den hier weiter leveln. Ich finde den einfach klasse. Also, Bewaffnung, muss ich sagen, ist super. Wenn nicht, könnte ein bisschen besser sein. Aber gut, wenn man die Landeklappen ausfährt, dann ist der übelst krass wendig. Aber gut, manchmal kann es ja auch sein, dass die fehlen, weil die abgeschossen wurden. Dann ist der nicht mehr so super dann. Naja, mal gucken, was es gibt. Die Defensivbewaffnung ist auch super. Ähm, und den hier werde ich versuchen gut zu leveln. P63, C5, die letzte Version. Davon gibt es drei. Ja, ist auch schon fast komplett ausgebaut. Habe ich auch schon alle Bewaffnungen, die es dazu gibt. Und erforschen tue ich gerade einen Bomber. Ach, ich wurde angeschrieben. Ähm, Bomber, den B34. Ja. Danach mache ich den, und dann mache ich wie üblich weiter mit meinen Level 4 ran. Da habe ich den hier schon angefangen. Naja. Ja, okay. Dann bis gleich. So, ähm, ja. Wir müssen die Insel einnehmen. Ja, super. Hat er mich schon wieder angeschrieben, ne? Ähm, Luftüberlegenheiten, ne? Ja, Bodenangriff. Okay, einsame Insel. Äh, das ist Wake Island, ne? Nee. Doch. Wake Island ist die Hauptinsel. Um die es geht. Da ist halt ja auch der Flugplatz drauf und so. Die anderen Inseln interessieren nicht. Nee, gehört nicht dazu. Nee, für 10. Oh, das war knapp. Oh, la, die Walfee. Das war knapp. Ja, B25 könnte ich auch noch. Ja, komm. Shoot. Din. Bullet. Alles knapp. Nee. Umentschieden. Der ist näher dran. Ach, komm. Jetzt ist er zu schnell, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ach, ich hab ganz vergessen, der hat ja sogar Bremsklappen. Komm schon. Ach. Das wieder einfahren. Das auch. Das hab ich falsch gehandelt. Komm schon. Du sollst auch noch down gehen. Oder auch nicht. Ja, danke. Bortschütze. Hast mir geholfen. Ja, immerhin getroffen. Passt doch. Ich bleib' weiterhin auf der Ja, ja. Yeah. Yeah. Zwei. Ja. Sollte wohl schon reichen. Oh, der ist fast ausgeräßt. Oh, der Pilot ist schon stark verwundet. Warte. Also mein Cockpit hat noch gar nichts abbekommen. Oder? Nee. Sieht nicht so aus. Ich hab' ja noch einen Co-Pilot. Ich hoffe, der zählt als Co-Pilot. Und nicht, dass der für vorne gedacht ist, wenn man vorne mit dem Geschütz zielen muss. Weil die haben beide so einen Teil zum Ziehen. Ich glaub', der ist für vorne einfach gedacht, der ist kein Co-Pilot. Oh, hab ich den noch mitgenommen. Ja, das war's für mich. Egal, vier Flieger mitgenommen. Ich so, war doch in Ordnung. Fliegt der Premium Flieger, auch gut. Oh, da hat's gescheppert. Dummer Affe fliegt dahinter rum. Nee, ist auch schon wieder alles so scheiße. Wahrscheinlich gleich bling, alles schön zu lesen. Nee. Tut sich nichts. Dafür ist das gut zu lesen. Hm. Ja, gut. Dann ist das halt so. Landungsboot, Landungsboot, Landungsboot. Gibt's keinen Zerstörer mehr? Nee, der wurde grad versenkt. Aber da hinten sind Frachtschiffe, die sind größer. Ja, komm. Ja, komm. Und? Zack. Ja, komm. Oh, die kann man gar nicht so abschießen. Nicht so wie da auf der einen Map. Äh, Spitze der Welt. Da sind nämlich genau dieselben Schiffe. Aber die kannst du abschießen mit den Bordbewaffn... Mit deiner Bordbewaffnung. Ja. Wow. Hab ich den gerammt? Das sah so aus, als hätte ich den gerammt. War zwar dann nicht gewollt, aber... Gut. Hm, ich nehm den. Komm. Mit Raketen. Ist wohl weit außen der Steuerknüppel... Äh, der Gashebel. Naja. Ja. Ob die wohl was können, die Raketen? Mal gucken. Aber ich muss erst mal gucken, auf wen geh ich denn überhaupt? B17. Ganz klar B17. Meine Beraffnung ist stark genug. Naja. Jetzt wird er abgeschossen. Ey, das klappt sogar Komm schon Ey Ja, das sah so aus, als hätte ich den getroffen Ja, Raketen sind direkt vor dem explodiert Nein Oh, Schütze, mach was Ich glaube, der macht nichts mehr Da macht niemand mehr was im Flieger Ich war erster, oh Das ist ja mal was Ja, einige Auszeichnungen bekommen Wenigstens das Ja, 2100 ist ja gar nicht so wenig Genauso wie knapp 1000 Ja, ist doch schön So muss das aussehen Ja Damit hätte ich den auch eingesetzt So Ja Dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Gefecht Wieder von War Thunder Lasst ein Däumchen nach oben da Und ciao Jetzt